4,2% Rentenerhöhung zum 1.7.2023. Ist das wirklich fix? Stimmt das wirklich? Können Rentner wirklich alle jubeln? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In jüngster Vergangenheit mehren sich die Berichte zum Thema Rentenerhöhung 2023. Da werden also in Online-Medien, auf YouTube-Kanälen, in Online-Zeitungen und so weiter Berichte veröffentlicht zum Thema Rentenwerterhöhung, Rentenanpassung 2023. 4,2% Rentenerhöhung soll es geben, da werden sogar Tabellen veröffentlicht, was es da mehr an Rente geben könnte und so weiter und so fort. Und es wird sich auch in diesen Artikeln, auch in den YouTube-Videokanälen und Video-Veröffentlichungen, wird sich dann auch noch auf den amtlichen Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 berufen. Ja, was soll man davon halten, meine Damen und Herren? Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater. Ja, und Rentenwerte werden nicht in einem Rentenversicherungsbericht festgelegt. Die werden auch nicht auf irgendwelchen YouTube-Videos festgelegt. Und das sind auch keine Szenarien, mit denen man eigentlich herumhantieren sollte, sondern Rentenwerte werden durch Rechtsverordnung, durch die Bundesregierung festgelegt. Und zwar durch komplizierte, vorherige, komplizierte Berechnungen der deutschen Rentenversicherung. Und das heißt, wir kennen doch das Prozedere. Der Bundesminister für Arbeiten Soziales, Hubertus Heil, SPD, wird ab dem 18. März 2023 bis Ende März, vielleicht ist es auch der Anfang April, wir wissen es nicht, die neuen Rentenwerte bekannt geben. Mit dem Entwurf einer Rentenwertbestimmungsverordnung, meine Damen und Herren. Und diese Rentenwertbestimmungsverordnung muss dann in das Gesetzgebungsverfahren kommen. Und alles, was jetzt hier behauptet wird, ich spreche hier ab dem, was mir bekannt ist, 11.02.2023, das ist alles nur Wunschdenken und vielleicht Bauernfängerei, Nepp, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes sind es keine Zahlen, mit denen Sie hantieren können. Das ist nichts, mit denen Sie hantieren können. Also das heißt, da ist auch keine Rechtskraft dabei, da ist nichts Verbindliches für Sie. Auch wenn man gerne diesen Rentenversicherungsbericht da heranzieht. Ich habe das ja auch gemacht, aber ich habe letzten Endes immer gesagt, das ist alles unverbindlich. Das sind nur Schätzungen, meine Damen und Herren. Und mit Schätzungen können wir nichts anfangen. Das heißt also, es gibt noch keine aktuellen neuen Rentenwerte. Da ist noch nichts bekannt gegeben. Lassen Sie sich also bitte nicht verrückt machen. Liebe Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, sondern warten Sie einfach die Zahlen ab. Und Sie selber entscheiden, ob die Rentenerhöhung für Sie ein Grund zum Jubeln ist oder nicht. Ich kann nur sagen, wir werden auf jeden Fall berichten, wenn die Rentenerhöhung bekannt gegeben wird. Wie immer. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.